Wir von Advertime bauen eine künstliche Intelligenz, die Menschen in der physischen Welt visuell interpretiert und die Daten in Real-Time für externe Applikationen zur Verfügung gestellt. Wir haben vor drei Jahren gestartet, im Jahr 2016 hier in St. Gallen, sind mittlerweile auch in Berlin und Zürich unterwegs und sind knapp 40 Mitarbeiter. Gründet haben wir mit vier. Wenn eine künstliche Intelligenz in der physischen Welt mit Menschen interagieren soll, muss sie sie natürlich visuell interpretieren können. Und das bedeutet, dass wir in drei Dimensionen denken. Erstens Physical Appearance, das ist wie ein Alter, Geschlecht etc. oder Style. Motion von der Kundenperson, wo wird eine Person stehen. Aber auch Kontext, zum Beispiel, dass eine 35-jährige Frau, die die Hand von zwei Kindern hat, das wird wahrscheinlich Mutter mit den zwei Kindern sein. Das kann dann für IoT, Smart Retail, Smart Buildings, Smart Cities oder Smart Signage verwendet werden. Als St. Galler Start-up wären wir natürlich sehr stolz, wenn wir den Leader Digital Award heute Abend gewinnen würden. Und wir sind übrigens 14 Leute heute da. Wenn ihr Lust habt, mit uns noch eins zu trinken, sind wir ready. Advertima ist ein Hightech-Unternehmen und überzeugt mit technologischer Exzellenz. Der innovative Ansatz der Verhaltensinterpretation ohne eindeutige Identifizierung steht im Einklang mit dem Datenschutz. Die Software lässt sich für Anwendungen in verschiedensten Geschäftsfeldern einsetzen.